servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute möchte ich euch zeigen wie man innerhalb von weniger minuten ganz easy zwei stufen ruhmruf nennt sie wie ihr wollt bei der drachenschuppenexpedition sammeln könnt wie ihr auch vielleicht sehen könnt habe ich so gut wie gar keinen ruf weil mich das ganze überhaupt nicht bockt und ist deswegen auch einfach sein lasse das einzige was für mich relevant wäre wären die epics und da denke ich mir kommen die hole ich mir dann einfach über m plus deswegen ruf war mache ich im moment überhaupt nicht deswegen kann ich die sachen jetzt nicht in detail im video zeigen aber es ist kein hexenwerk beziehungsweise gibt es eine gute anleitung dank reddit was ihr machen müsst oder was ihr braucht ist die vermutung rang 7 mit der expedition drachenschuppenexpedition wie ihr seht das habe ich jetzt nicht das ist nicht so gut und naja was willst du machen danach müsst ihr wohl so steht es in dem guide dieses versorgungspaket euch gönnen beziehungsweise mitnehmen und dann hier habt ihr dieses talent kartografers flag wups jetzt sind wir auf reddit gelandet da sehen wir es aber noch mal ein bisschen besser also wenn ihr das auswählt bekommt ihr auf den karten verschiedene flaggen angezeigt die ihr dann einsammeln müsst und wenn ihr das macht bekommt ihr dafür insgesamt 5000 rep also uf reputation renown nennt es wie ihr wollt ihr wisst was ich meine das ganze könnt ihr dann auch noch ein bisschen pushen indem ihr den dunkelmond jahrmarkt buff einsackt der gilt noch bis 10 dezember 23 und 59 also noch habt ihr die gelegenheit geht einfach zum dunkelmond jahrmarkt fahrt da eine runde auf dem karussell und ihr kriegt 10% ruf buff für eine stunde wenn ihr sterbt ist der buff weg aber ihr könnt ihn euch immer wiederholen für dieses einsammeln solltet ihr definitiv keine stunde benötigen mit gemäxten dragon äh riding weiß nicht 15 20 30 minuten vielleicht es sind hier küsse des erwachens fünf flaggen ich verlinke euch das in der video beschreibung da könnt ihr euch das einfach reinziehen oder ihr habt ein addon wie handynotes die koordinaten stehen auch dabei ebenen von onara sind es vier flaggen azur gebirge sind es sechs stück und teil drassus sind es nochmal fünf stück ähm also es ist jetzt nicht wirklich viel ihr müsst da einfach nur hinfliegen die dinge anklicken und ab geht's zum nächsten dann habt ihr es geschafft 20 stück 5000 ruf kann man mal machen und damit solltet ihr dann wie ihr seht es wird ja immer 2500 ruf für eine rufstufe benötigt und damit solltet ihr dann je nachdem wie viel ihr habt zwei glatte stufen hoch gehen damit auf jeden fall danke fürs zusehen ich wünsche euch viel spaß beim nachmachen und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen